Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die uns aus dem Hospitality-Bereich der Fly Alarm Arena zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München 2. Wir hatten heute 7.758 Zuschauer am Dallenberg. Das Endergebnis war 3 zu 1 und ich darf zu meiner linken Gäste-Schrifttrainer Sebastian Hoeneß begrüßen und zu meiner rechten wie immer unseren Schrifttrainer Michael Schiele. Dem Gastgebir das erste Wort, ihr Fazit zu den 90 Minuten hier. Ja, erstmal Glückwunsch an Michael und Würzburg zu dem Sieg. Ja, ich glaube, wir haben über weite Strecken gut gespielt, das Spiel auch bestimmt und diktiert, ohne dass ich die Chancen nicht gesehen hätte von Würzburg. Aber ja, ich denke, dass wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben. Vielen Dank. Michael, deine Analyse? Danke, Sebastian. Hallo erstmal in die Runde, auch in den Hospitality-Bereich. Ja, wir sind sehr nervös reinkommen oder eigentlich gut ins Spiel gekommen, nach acht Minuten schon ein Tor gemacht, aber trotzdem war die erste Halbzeit schon Nervosität geprägt in Form von Abspielfehlern, nach Ballgewinnen, aber auch in Form, dass wir uns nichts so angeboten haben, weil wir auch Fußball spielen können und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so bewiesen. Klar, das Tor dann war gut, wo Schubi schon hochgeht, wo dann auch noch Luka hinterher geht und dann das 1-0 reinköpft, aus der Halbzeit rausgekommen. Dann haben wir auch gesehen, dass wir Fußball spielen können, dass wir die Räume anders besetzt haben. Sind wir auch zum Eckball oder zu zwei großen Chancen gekommen, nach Standards auch, mit Helgele nochmal, Luka glaube ich, genau. Und schade, dass wir dann das 1-1 bekommen. Wir haben aber davor auch schon eine Chance zugelassen, wo eine 1-1 Aktion war mit Eric, wo dann uns im, ja, wo einfach das Tor dann auch selber sauber hält. Tor bekommen, super zurückgekommen, Willensleistung da auch, wie Kaufmann da durchgeht, wie Hemmerich immer wieder in der zweiten Halbzeit die Linie da beackert hat. Ja, Wiedemann hat eine Chance gehabt, war dann, war gut. Haben wir die Ballgewinne ruhiger ausgespielt, sind wir zu einigen Konterschancen noch gekommen und ich denke dann der Deckel drauf gemacht mit den zwei Toren, hätte nochmal ein, zwei, wäre dann zu viel gewesen, weil vom spielerischen Ansatz dann zu wenig war von uns. Wir sind sehr, sehr viel dann auch hinterher gelaufen, ohne dann die Großchancen auch zugelassen haben. Und von dem her nehmen wir den Dreier auf jeden Fall mit. War ein gutes Spiel von uns, gute Umschaltaktionen gehabt, war eine tolle Kulisse hier auch und ja, dann endlich mit einem Dreier auch mal gestartet. Danke Michael. Gibt es Nachfragen? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten. Michael, mit welchem fußballerischen Aspekt warst du heute am meisten zufrieden? Also in Standards waren wir gefährlich, haben wir leider nicht reinbekommen, aber da haben wir schon eine Gefahr entwickelt, wir sind gut gekommen, wir sind gut reingeflogen, wir sind gut eingelaufen. Wir haben ein gutes, schon ein Zweikampfverhalten auch gehabt, wir haben viele Ballgewinne gehabt, aber die dann nicht so gut aufgelöst, aber dennoch haben wir gute, lange Läufe gehabt auch, wo wir gut gekontert haben und vielleicht der letzte Pass mal nicht oder ich denke nur, Fabio macht das Zweite dann auch, aber davor hatten wir einen viel besseren Winkel, wo dann am langen Pfosten auch vorbeigeht und es war auch aus einer Umschaltaktion raus und das war schon sehr, sehr gut. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall, dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns wieder dann beim Heimspiel gegen Großasbach hier. Bis dann!